Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder gemeinsam eine Prüfungssimulation. Dabei zeige ich dir ein paar Tipps und Tricks, damit auch du deine Theorieprüfung mit 0 Fehlerpunkten bestehen kannst. Wenn auch du gerade deinen Führerschein machst, dann abonniere doch gleich hier den Kanal, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. Wie verhalten sie sich? Ich biege nach links ab. Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts. Ich biege im großen Bogen nach rechts ab. Nein, also ganz klar, wenn du dich links eingeordnet hast, dann biegst du auch einfach links ab und fertig. Übrigens in deiner praktischen Prüfung sollte das passieren, dass der Prüfer rechts abbiegen wollte und aus irgendwelchen Gründen hast du dich links eingeordnet. Dann fährst du einfach links. Das ist überhaupt kein Problem. Der Prüfer wird sich dann eine andere Strecke aussuchen. Also du bist deswegen nicht durchgefallen. Womit müssen sie hier rechnen? Dass Einmündungen übersehen werden. Dass Kinder auf die Straße laufen. Dass zu schnell gefahren wird. Okay, also eine Einmündung, das ist zum Beispiel hier vorne rechts, die Straße. Die könnte übersehen werden, da diese Straße den Eindruck macht, als ob die sehr breit geht. Immer geradeaus rechts und links die Bäume, also eine Allee. Und es gibt uns den Eindruck, als hätten wir hier Vorfahrt zum Beispiel. Und da könnte man diese Einmündungen zum Beispiel übersehen. Mit Kindern ist immer zu rechnen. Und dass zu schnell gefahren wird, auf jeden Fall. Denn die Straße ist so breit. Die lädt ja praktisch dazu ein. Womit müssen sie rechnen, wenn sie überholen wollen? Mit verlängertem Anhalteweg. Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers. Mit Rutschgefahr. Also natürlich mit einem verlängerten Anhalteweg. Denn der Bremsweg wird natürlich auf der glatten Oberfläche wesentlich länger. Der Reaktionsweg natürlich nicht. Der verändert sich nicht mit dem Fahrbahnbelag. Sondern Reaktionsweg liegt ja an dir selber. Also wie gut du selber reagierst. Und der Bremsweg, beziehungsweise der Anhalteweg, der resultiert ja dann aus beidem. Und deswegen wird der Anhalteweg länger. Mit unsicherer Fahrweise des Radfahrers. Damit ist immer zu rechnen. Und Rutschgefahr. Es kann natürlich auch sein, dass der Radfahrer irgendwie ausrutscht und dir dann vor dem Auto landet. Und dementsprechend würde ich hier sogar gar nicht mehr überholen. Wann wird ein Überholender gefährdet? Wenn der Eingeholte zum Überholen ausschert. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt. Also ich erkläre mal ganz kurz. Du möchtest jemanden überholen. Und was wäre jetzt schlecht für dich? Wenn jetzt derjenige, den du überholen möchtest, nach links ausschert. Also auf deinen Fahrstreifen rüber. Das wäre schlecht. Wenn er seine Geschwindigkeit verringert. Das wäre nicht schlecht. Das wäre gut für uns. Denn dann können wir einfacher überholen. Deswegen kreuzen wir die zweite Antwortmöglichkeit nicht ein. Wenn er jetzt plötzlich beschleunigen würde. Das wäre auch blöd für uns. Denn dann würde dieser Überholvorgang länger dauern. Ja, dadurch würde eine Gefährdung entstehen. Deswegen kreuzen wir die erste und die dritte Antwort hier an. Okay, schau mal. Links kommt ein Zug. Vielleicht hat das was mit dem Zug zu tun. Vor uns möchte einer einparken anscheinend oder abbiegen. Da läuft ein Kind auf die Straße. Oh, das Kind links. Das Kind links hinter dem Postwagen. Das rennt wahrscheinlich gleich über die Straße. Darauf müssen wir aufpassen. Warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? Weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet. Weil der gelbe Transporter anfährt. Weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. Gut, also der gelbe Transporter fährt nicht an. Da sitzt nicht mal jemand drinnen. Die Situation ist auf jeden Fall unklar. Und wie gesagt, hier hinter dem gelben Transporter läuft ein Kind auf die Straße. Deswegen eins und drei. Ich müsste von rechts einer kommen. Genau, und der möchte hier in unsere Straße reinfahren. Okay. Weshalb müssen Sie hier warten? Wegen der Radfahrerin. Wegen des Fußgängers. Wegen des roten Pkw. Also wir haben ein Vorfahrt gewähren. Der rote Pkw darf zuerst fahren. Deswegen müssen wir warten. Okay, wir haben einen Schulbus. Der bleibt an einer Haltestelle stehen. Er blinkt nur rechts. Entschuldigung, ein Linienbus. Kein Schulbus, ein Linienbus. Okay, und es rennen Leute über die Straße. Das ist ganz interessant, denn der Linienbus hatte in dem Fall kein Warnblinklicht an. Ich lasse das Video nochmal ganz kurz ablaufen. Ja, es gibt ja diese bestimmte Regel mit Schrittgeschwindigkeit, wenn er mit Warnblinklicht an einer Haltestelle steht. Das tut er aber nicht. Er blinkt nur rechts und deswegen dürfen wir vorsichtig an diesem Bus vorbeifahren. Und du siehst jetzt auch warum, denn da rennen natürlich Leute über die Straße. Müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren? Ja, da Fahrgäste vor dem Bus die Fahrbahn überqueren könnten. Ja, da der Bus sofort anfahren wird. Ja, da Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren könnten. Also das mit den Fahrgästen, wie gesagt, ist klar. Personen, die nicht aus dem Bus kommen, die Fahrbahn überqueren. Das ist auch richtig. Es können auch zum Beispiel Personen von der linken Seite über die Straße rennen. Und der Bus wird in dem Fall nicht sofort anfahren. Man erkennt es daran, dass der Bus ja gerade erst an die Haltestelle gefahren ist. Dass der Bus rechts blinkt und nicht links. Wenn er links blinkt, dann musst du ihn sogar losfahren lassen. Du wirst es auch sehen, der Bus senkt sich normalerweise dann zum rechten Fahrbahnrand immer so ein bisschen ab, damit die Fahrgäste besser einen aussteigen können. Wenn der sich wieder aufrichtet, dann weißt du, okay, der wird wahrscheinlich gleich wieder losfahren. Wenn die Bremslichter ausgehen, dann weißt du, okay, der Busfahrer macht sich gerade bereit zum Losfahren. Oder wenn sich zum Beispiel die Türen schließen, dann weißt du, okay, der Busfahrer hat die Türen geschlossen, weil er wahrscheinlich gleich losfahren wird. Das ist hier aber alles nicht der Fall gewesen. Deswegen lassen wir die mittlere Antwort aus. Das ist übrigens auch gut für die Praxis dann zu wissen. Zu welcher Tageszeit ist mit verstärktem Wildwechsel zu rechnen? Im Morgengrauen, während der Abenddämmerung, in der Mittagszeit. Also immer dann, wenn das Wild rauskommt, zum Fressen, morgens und abends. Mittags haben sie anscheinend, ja, machen sie Mittagspause, da gibt es nichts zu essen. Also morgens, abends, da ist auf jeden Fall mit erhöhtem Wild auf der Straße zu rechnen. Was ist in dieser Situation richtig? So, wir haben ein Verkehrszeichen, ein Gefahrenzeichen, rot dreieckig mit der Spitze nach oben. Und dieses Verkehrszeichen sagt dir, An der nächsten Kreuzung endet ein verkehrsberuhigter Bereich. An der nächsten Kreuzung habe ich Vorfahrt. An der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. Also ein Gefahrenzeichen und in diesem Fall bedeutet das Gefahrenzeichen, dass du an dieser Vorfahrt die Regel rechts vor links einhalten musst. Also der, der von rechts kommt, darf zuerst fahren. Sie nähern sich einem Linienbus, der auf ihrer Fahrbahn in Gegenrichtung an einer Haltestelle hält und Warnblinklicht eingeschaltet hat. Worauf stellen sie sich ein? Die Fahrgäste überqueren die Fahrbahn erst, wenn der Bus das Blinklicht ausgeschaltet hat. Fahrgäste wechseln die Seite der Fahrbahn, um den Bus noch zu erreichen. Aus dem Bus aussteigende Fahrgäste überqueren unvermittelt die Fahrbahn. Die Frage ist so ähnlich wie die, die wir vorhin hatten in dem Video. Allerdings steht der Bus jetzt diesmal auf der anderen Straßenseite und hat Warnblinklicht an. Aber die Antwortmöglichkeiten sind ja fast die gleichen. Es geht immer um die Fahrgäste, die über die Straße rennen können. Da müssen wir extrem aufpassen. Wie gesagt, wenn der Bus mit Warnblinklicht an einer Haltestelle steht, dann darfst du da auch nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, auch wenn der im Gegenverkehr drüben steht. Wann müssen Sie vor einem Bahnübergang warten? Wenn rotes Blinklicht aufleuchtet. Wenn ein Bahnbediensteter eine weiß-rot-weiße Fahne schwenkt. Wenn sich die Schranken senken. Das habe ich auch schon im Videokurs groß und breit erklärt. Beim Bahnübergang, egal was passiert, wenn jegliche Einrichtungen wirksam werden, ob es jetzt Blinklicht ist oder jemand eine Fahne schwenkt oder wenn die Schranken runtergehen oder wenn es dieses Ding, 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 Ding ertönt, dann musst du einfach vorm Andreaskreuz warten. Wer muss blinken? Naja, derjenige, der seinen natürlichen Fahrverlauf verändert. Das bedeutet der Blaue nicht, denn der Blaue fährt geradeaus weiter. Der gelbe LKW möchte nach links abbiegen, also muss der gelbe LKW blinken. Und wir wollen auch links abbiegen, also müssen wir auch blinken. So, der gelbe und ich selber. Der blaue nicht, denn der fährt geradeaus. Sie möchten eine Pferdekutsche auf einer Landstraße überholen. Wie verhalten Sie sich? Ich überhole mit möglichst hoher Motordrehzahl. Ich überhole mit möglichst wenig Lärm. Ich überhole mit möglichst großem Seitenabstand. Also, hier geht es ganz genau um die Pferdekutsche. Du musst bedenken, die Pferde können sich erschrecken, wenn du da sehr laut und sehr eng an denen vorbeifährst. Deswegen lassen wir mehr Seitenabstand und mit möglichst wenig Lärm. Wenn du eine hohe Motordrehzahl hast, dann ist der Motor natürlich relativ laut. Deswegen kreuzen wir die erste Antwortmöglichkeit nicht an. Wie verhalten Sie sich richtig? Okay, wir wollen links abbiegen. Eine Kreuzung. Wir haben keine Verkehrszeichen. Aber darum geht es in dieser Frage wahrscheinlich gar nicht. Es gibt hier zwei Personen, die möchten anscheinend über die Straße gehen. Und da wir abbiegen möchten, müssen wir die Personen zuerst über die Straße gehen lassen. Das heißt, wir fahren in die Mitte der Kreuzung, lassen die beiden über die Straße und dürfen danach erst abbiegen. Ich warte, weil beide Fußgänger Vorrang haben. Ich fahre weiter, weil beide Fußgänger warten müssen. Ich biege vor der entgegenkommenden Fußgängerin ab, weil nur diese warten muss. Also, erste Antwort ist richtig. Wir müssen warten, weil die Fußgänger Vorrang haben. Wie kann man den Lärm verringern, der durch ein Fahrzeug verursacht wird? Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich. Durch Entfernen des Luftfilters. Durch Verwenden von Reifen mit grobstolligem Profil. Das mit dem Reifen. Das hast du schon mal gehört. Es gibt doch momentan diese Fahrräder, die so ganz besonders dicke Reifen haben mit grobstolligem Profil. Die hörst du schon. Die sind sehr, sehr laut. Also das würde nicht den Lärm verringern. Entfernen des Luftfilters. Dadurch wird dein Auto möglicherweise sogar lauter. Also das ist natürlich auch falsch. Fahren mit wenig Drehzahl. Also im niedertourigen Bereich. Das ist genau richtig. Dafür braucht das Auto auch am wenigsten Kraftstoff. Oder weniger Kraftstoff. Ja, ist nicht so laut. Wie verhalten Sie sich richtig? Gut. Wir haben keine Verkehrszeichen. Also gilt die Regel rechts vor links. Auch wieder eine Vorfahrtsfrage. Es gibt fünf Fehlerpunkte. Ich fahre vor dem blauen LKW. Das machst du bitte nicht, denn der LKW kommt rechts von dir. Das bedeutet, der hat Vorfahrt. Ich fahre nach dem blauen LKW. Ich fahre nach dem gelben PKW. Daran denken, wir beantworten jede Frage einzeln. Oder wir kreuzen jede Antwort einzeln an. Und wir lassen natürlich den blauen LKW zuerst fahren. Und auch den gelben PKW. Wie verhalten Sie sich hier richtig? Okay, wir haben einen Vorfahrt gewähren. Das bedeutet, der Querverkehr darf zuerst fahren. Also sprich, der weiße. Und nachdem der weiße weg ist, wir biegen ja links ab. Dementsprechend kreuzen wir uns wieder mit dem, der entgegenkommt. Also müssen wir ihm den Vorrang gewähren. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Fußgängern, die wir gerade eben hatten. Da mussten wir auch warten, bis die über die Straße gegangen sind. Also immer, wenn du dich mit jemandem kreuzt, dann musst du warten. Ich lasse das grüne Fahrzeug durchfahren. Genau, das machen wir. Ich biege vor dem grünen Fahrzeug ab. Ich biege vor dem weißen PKW ab. Okay, also in dem Fall ist nur die erste Antwortmöglichkeit richtig. Welches Verhalten ist richtig? Vorfahrt gewähren. Das bedeutet, der Motorradfahrer darf zuerst fahren. Also wenn du einen Vorfahrt gewähren hast, dann darf der Querverkehr vor dir fahren. Jetzt ist es allerdings so, dass der Bus sich mit uns kreuzen würde, weil der Busfahrer möchte ja jetzt abbiegen. Wenn er abbiegen möchte, dann muss er warten. Deswegen dürfen wir vor dem Busfahrer fahren. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. Genau, also Motorrad durchfahren lassen, weil wir haben einen Vorfahrt gewähren. Querverkehr darf zuerst. Ich fahre vor dem Bus. Wir fahren vor dem Bus. Ich muss den Bus durchfahren lassen. Wie gesagt, der Grund ist, warum wir vor dem Bus fahren, weil der Busfahrer abbiegt. Worauf weist diese Verkehrszeichenkombination hin? Die so beschilderte Straße darf im Winter nicht befahren werden. Die so beschilderte Straße darf nur mit Schneeketten benutzt werden. Die so beschilderte Straße darf von Wintersportlern benutzt werden. So, wenn sie im Winter nicht befahren werden dürfte, dann wäre sie rund und rot. Denn rund und rot ist Verbot. Du darfst nicht. Wenn du Schneeketten benutzen müsstest, dann wäre es rund und blau. Denn rund und blau ist ein Geburtszeichen und sagt dir, was du tun musst. Also kann es ja praktisch nur die letzte Antwortmöglichkeit sein. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf Vorfahrt nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Auf Vorfahrt bis zum Ortsende. Auf Vorfahrt an allen Kreuzungen und Einmündungen dieser Straße. So, das ist die Einzelvorfahrt, nicht zu verwechseln mit der Vorfahrtstraße. Die Einzelvorfahrt gibt der Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Und hättest du ein Vorfahrtstraßenschild, das gelbe, dann hättest du Vorfahrt auf der kompletten Straße. Aber hier in dem Fall nur an der nächsten Kreuzung oder Einmündung. Gut, damit haben wir wieder alle 20 Fragen aus dem Grundstoff beantwortet. Jetzt springt hier der Reiter gleich automatisch weiter in den Zusatzstoff für Klasse B. Das bedeutet, dass diese 10 Fragen ausgesucht werden, nur für diejenigen, die auch den Autoführerschein machen. Was kann auf nasser Fahrbahn zu Aquaplaning? Wasserglätte führen. Spurrillen in der Fahrbahn. Hohe Geschwindigkeit. Abgefahrene Reifen. Also Aquaplaning bedeutet, dass sich ein Wasserfilm zwischen deinem Reifen und der Fahrbahn bildet. Aquaplaning kann natürlich verstärkt werden durch die Wassermenge. Also wenn ganz, ganz wenig Wasser auf der Fahrbahn ist, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass dein Auto da aufschwimmt und du keine Kontrolle mehr darüber hast. Aber hast du viel Wasser auf der Straße oder bildet sich viel Wasser, wie zum Beispiel in einer Pfütze oder in Spurrillen, dann besteht natürlich die Gefahr des Aquaplaning. Fährst du sehr, sehr langsam durch diese Pfütze oder Spurrille durch, dann wird dein Auto wahrscheinlich auch nicht gleich aufschwimmen. Also sich ein Wasserfilm zwischen Reifen und Fahrbahn bilden. Aber fährst du sehr schnell dadurch, das ist so ähnlich wie bei Wasserski. Wenn du eine hohe Geschwindigkeit hast, dann gleitest du über das Wasser drüber, bist du zu langsam, dann tauchst du ein. Und bei hoher Geschwindigkeit passiert es, dass du halt aufschwimmst. Das Profil in deinem Reifen soll dafür sorgen, dass das Wasser unter dem Reifen verdrängt wird. Also dass der Reifen den Kontakt zur Fahrbahn nicht verliert. Sind deine Reifen abgefahren, also sprich, haben weniger Profil, dann besteht natürlich eine erhöhte Gefahr des Aquaplanings. Deswegen sind hier alle Antwortmöglichkeiten richtig. Pass auf, die Antwort gibt fünf Fehlerpunkte, zwei solche Fragen und du bist raus. Okay, wir sind wahrscheinlich auf einer Autobahn, zweispurig. Schauen wir natürlich immer, was am Ende dieser Kurve passieren könnte. Okay, naja, schauen wir uns mal die Aufgabe an. Sie möchten den weißen Pkw überholen. Wie verhalten Sie sich richtig? Ich überhole nicht, da ein Motorrad im toten Winkel fährt. Ich überhole unter Beibehaltung der gefahrenen Geschwindigkeit. Ich überhole mit wesentlich höherer Geschwindigkeit. Da war doch kein Motorradfahrer im toten Winkel, oder? Der war ja schon an uns vorbei. Nein, nein. Also, wir überholen mit wesentlich höherer Geschwindigkeit. Es geht um den Pkw hier vorne. Dazu müssen wir natürlich schneller fahren als der, den wir überholen möchten. Ich überhole unter Beibehaltung der gefahrenen Geschwindigkeit. Nein, das würde viel zu lange dauern. Diese Antwort ist falsch. Und wie gesagt, Motorrad habe ich jetzt auch nicht im toten Winkel gesehen. Dementsprechend lassen wir nur die letzte Antwort angekreuzt. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Erdgas-Tankstelle. Auf eine Wasserstoff-Tankstelle. Auf eine Autogastankstelle. Da gibt es drei verschiedene solche Tankstellen, beziehungsweise solche Zeichen. Und in dem Fall bedeutet dieses Verkehrszeichen eine Erdgas-Tankstelle. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. Auf die Möglichkeit zum Aufladen von Mobiltelefonen. Auf Explosionsgefahr an einer Tankstelle durch Elektrogeräte. Ja gut, also das weist sich natürlich auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge hin. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine Tankstelle mit Waschanlage. Auf einen Parkplatz mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel. Auf einen Fahrzeugverleih mit Reparaturwerkstatt. Nur die mittlere Antwort ist richtig. Parken und Reisen. Genau, hast du vielleicht schon mal gesehen. In der Nähe von S-Bahnen gibt es das meistens, dass du dein Fahrzeug dann stehen lassen kannst und nicht mit dem Auto in die Innenstadt fährst, sondern mit der S-Bahn. Die Scheibenwischer an ihrem PKW funktionieren nicht. Was kann die Ursache dafür sein? Zu viel Wasser in der Scheibenwaschanlage. Scheibenwischermotor defekt. Sicherung durchgebrannt. Also wegen zu viel Wasser wird der Scheibenwischer trotzdem funktionieren. Da kann gar nichts passieren. Wenn der Motor kaputt ist, natürlich, dann wird wahrscheinlich auch der Scheibenwischer nicht mehr funktionieren. Und wenn die Sicherung durchgebrannt ist, natürlich auch nicht. Sie werden überholt und der Gegenverkehr kommt gefährlich nahe. Trotzdem setzt das andere Fahrzeug den Überholvorgang fort. Wie verhalten Sie sich? Ich fahre äußerst rechts und behalte die Geschwindigkeit bei. Ich fahre äußerst rechts und verringere die Geschwindigkeit. Ich fahre äußerst rechts und erhöhe die Geschwindigkeit. Also rechtsfahren ist gut, damit wir ein bisschen Platzreserven schaffen. Natürlich verringern wir die Geschwindigkeit, damit derjenige, der uns überholt, es einfacher hat, uns zu überholen. Für welche Kraftfahrzeuge gilt bei einer geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen? Für PKWs mit einem Anhänger? Für LKWs mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen? Für LKWs mit einem Anhänger? Ja, solche Fragen bekommst du in deiner Theorieprüfung. Die richtige Antwort ist 2 und 3. Also LKWs mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 Tonnen. Das interessiert dich jetzt erstmal weniger, da du ja mit der Klasse B einen Führerschein bis 3,5 Tonnen machst. Aber was dich interessieren muss, ist die letzte Antwortmöglichkeit, und zwar LKWs mit Anhänger. Also LKWs sind ja nicht immer nur so riesengroße Dinger, wo dann Kaffee und Süßigkeiten hinten drauf sind, sondern LKW bedeutet ja einfach nur Lastkraftwagen. Wenn du dir jetzt einen amerikanischen Pickup zum Beispiel kaufst, so einen Dodge Ram, dann hat der eine große Ladefläche oder zum Beispiel so einen Transporter oder sowas. Dann gilt das Ding als Lastkraftwagen, und wenn du dann noch einen Anhänger mit dir mitführst, dann darfst du an Sonn- und Feiertagen damit unter Umständen gar nicht fahren. Was kann dazu führen, dass sie Warnsignale überhören? Zu lautes Auspuffgeräusch? Benutzung von Kopfhörern? Zu lautes Radio? Ja gut, also alles, was dich halt irgendwie ablenkt, beziehungsweise dann deine Ohren irgendwie übertönt. Also die Kopfstützen, die musst du dir ja auch bei jeder Fahrstunde erneut einstellen, weil derjenige, der vor dir gefahren ist, war eventuell etwas größer oder kleiner als du. Also die mittlere Antwort ist richtig, und die Kopfstützen ersetzen auf gar keinen Fall den Sicherheitsgurt. Kopfstützen sind dafür da im Falle eines Auffahrunfalls, damit dein Kopf nach hinten nicht wegknickt. Also sehr, sehr, sehr wichtig. Okay, wir haben alle Aufgaben, alle Fragen angekreuzt. Jetzt gehen wir mal den Bogen ab und schauen mal, ob wir die Prüfung bestanden haben. Wie immer mit null Fehlerpunkten. Ja, ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Like da, abonniere den Kanal, damit du auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und wenn du noch weitere Unterstützung brauchst für deine Theoriefragen, dann schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link verpackt. Da kommst du auf den Videokurs, da erkläre ich dir dann, auf was du in der Prüfung genau achten musst. Und wenn du gut durch Zuhören lernen kannst, dann empfehle ich dir das Hörbuch. Da habe ich dann alle Fragen von einem professionellen Sprecher vorlesen lassen und die passenden Antworten dazu eingeblendet. Gut, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann.